Regenbogen Kotze wird es gleich geben, wenn wir spielen gegen euch, bestenfalls vier gegen vier. Das heißt, wir haben die vier schlechtesten gerade ausfindig gemacht. Die haben wir erst gelobt und dann eingeladen. Nee, wir sind noch nicht so weit. Wir machen das jetzt, die unsere Gegner einladen. Spiele ich wir und dann spielen wir danach im Team? Nein, wir wollten, wir spielen jetzt alleine, oder was? Also die Idee war ja eigentlich, dass wir jetzt erst noch mal zu viert gegen vier andere spielen, damit wir dann wissen, wer im Team miteinander spielt, weil wir ja jetzt keine richtige... Wenn es nicht geht, dann können wir uns noch einladen. Wir können auch einfach... Aber ich weiß nicht, ja. Was denn? Wir können auch einfach wir vier gegeneinander spielen. Ich habe da gar nichts dagegen. Wir haben noch zwei Stunden Zeit zu zocken. Ich habe das auch. Wir haben noch... Genau, lasst uns erst mal ruhig gegen vier andere spielen. Genau, lasst uns. Ich würde gerne mal wir vier als Team mit besprechen, mit absprechen, gegen vier andere, die sich nicht absprechen können, was natürlich impliziert, dass wir einen Vorteil haben. Aber such bitte sehr schwache Gegner. Der Skorpion kenne ich. Der spielt alle Spiele. Der hat auch ganz oft mitgemacht. Der Skorpion. Und der kann alles. Der Skorpion, ich mag dich. Da oben rein, Simon. Der Skorpion, ich mag dich, ja. Aber ich weiß genau, wie krass du Halo suchtest. Nee. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Du alleine gegen alles. Ich habe ihm versprochen, ich versuche ihn reinzupacken. Wie, du hast ihm das versprochen? Okay, dann nimm ihn mir an gegen ihn. Er wird eh, das wird zwangsläufig. Nimm ihn gerne mit rein. Ich sage nur, das ist jetzt nicht der, den du in unsere Gruppe tun kannst. Dann haben wir halt gewonnen. Also, es ist so. Und wenn wir gegen den spielen, haben wir verloren. Gegen wen haben wir dann noch nicht? Ich glaube, wir werden... Eins oder Null. Ja, dann nimm doch ruhig irgendwen. Nimm ruhig Skorpion. Das dauert ein bisschen. Schaut hier in den Chat oder so. Das dauert hier. Also, uns mal einladen, bla. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön. Muss ja nicht... Es ist aller Liebst, ne? Einfach nach Namen, was dir gefällt. So, wir haben jetzt immerhin schon fünf, sechs Leute. Genau. Kann sich ja nur noch um diverse Minuten handeln. Genau, in der Zwischenzeit können wir eigentlich ein bisschen über Halo 5 reden, wie es uns bis jetzt gefällt. Weil ich habe schon einen Eindruck, der ein bisschen von der Meinung abweicht, die ich auf der GC hatte. Auf der GC hatte ich die Gelegenheit, Halo zu spielen. Und da habe ich Warsong gespielt. Und ich habe am Anfang massive Probleme gehabt mit diesem ganzen... Ich muss eine Base annehmen. Ich kann mich super komplex bewegen. Ich kann dashen. Das gab es früher auch nicht so in der Form. In Halo 4 gab es ja diesen Third-Person-Dash. Und die Waffen sind alle anders. Man hat viel weniger Aim-Assist. Man hat viel mehr... Also, man stirbt sehr viel schneller, habe ich das Gefühl. Also, wenn du abgeschossen wirst, dann hast du nicht mehr so wie früher. In Halo 3 hast du noch eine halbe Stunde Zeit, dich umzudrehen. Und dann zu entscheiden, ob du dagegen schießt oder nicht. Das Spiel ist sehr viel schneller geworden. Und es gibt jetzt auch einen neuen Game-Type. Der heißt Breakout. Und der orientiert sich so ein bisschen an CS. Oh, das ist Level 16. Aha. Ja, und zwar ist der Spieltyp folgendermaßen, dass man nur ein Leben hat und man spawnt auf einer Map. Und wenn das Leben weg ist, dann kannst du nicht mehr mitspielen bis zum Ende der Runde. Und du hast dann fünf Runden, die gegeneinander gespielt werden. Das heißt, die versuchen sich schon in Richtung E-Sport zu orientieren mit den Titeln. Naja, macht ja auch nur Sinn. Also, es gibt CS, klar ist außer Frage, kam einfach auch wieder. Aber wirklich einen echten, kompetitiven Konsolenshooter, also der auch wirklich dann international und ernst genommen wird. Call of Duty, klar, selbstverständlich, gar keine Frage. Aber trotzdem, Halo gab es ja auch Unmengen an internationalen Turnieren. Aber das ist mit Halo 4 versandet. Halo 3 waren so die Hochzeiten, zumindest E-Sport-technisch. Ja, da war es auch am ehesten. Da konnte man mit dem Multiplayer-Mode, das wurde da noch am meisten auch verbessert und neu reingebracht. Und so war das auf jeden Fall der Titel für den Multiplayer-Mode. Heute ist es immer noch so, nur es interessiert nicht mehr so viele Leute. Oder sollen wir nicht auch das Team, ne? Ne, was willst du denn machen? Nimm doch einfach irgendwie 4 und fertig. Ja, hab ich ja. Ja, aber dann müssen wir doch nur Team noch machen. Genau, Team-Showdown geht das. Team-Abschießen, Team-Töten. Mach erst Showdown und dann... Also irgendwas in die Richtung muss es ja sein. Ja, Team. Team-Rot. Also der Chat... Warte mal. Gehen wir mal wieder zurück. Wir sind doch gerade eingeteilt richtig. Da waren gerade drei Rot und drei Blau. Ja, dann muss einer noch Rot. Ne, einer, guck mal. Ach, ich bin Türkis. Kacke. Dann gehe ich Rot. Ne, warte. Ne. Okay, also wir machen alle Rot oder was? Oder machen wir Gelb, Grün? Ja, machen wir alle Rot und die anderen müssen dann Blau machen. Wie mache ich mich denn? Du musst dafür nur als Team die Farbe auswählen. Zockaholic müsst ihr noch. Einmal bitte wechseln. Tee, genau. Also Nock, Tux und Zockaholic, ihr müsst bitte wechseln. Ihr könnt schon hier unten auf Team gehen und dann auf Red Team. Oder wollen wir uns... Ganz kurz, Leute. Geht mal ganz kurz alle auf die Farben. Dann suchen wir uns eine neue Farbe aus. Wählen die schnell. Und bevor der Delay einschlägt, sind wir schon weg. Gelb, 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 gelb. Wir können gehen. Ich bin gelb. Und... Haben wir? Jawohl. Aber die anderen sind ja jetzt... Ah, okay, dann müssen die halt Blau. Ich hoffe, die checken. Ach, Leute. Patrick. Ja, hat er. Es ist doch nicht so schwer. Ihr wisst doch, was wir hier machen. Jetzt Nock, Tux. Nock, Tux. Du hast fünf Sekunden Zeit, sonst kick ich dich. Ja, aber dann kick ich ihn auch wirklich, weil das ist jetzt echt unnötig. Ja. Vielleicht guckt er ja gar nicht zu. Ja, dann soll er nicht mit spielen. Okay, okay, schmeiß ihn raus. Los, kommt der Nächste. Ja. Das ist doch kacke. Hier gucken irgendwie 7000 Leute dabei zu, wie einer es nicht gebacken kriegt. So, der Chat hat auch gesagt, er hat zehn Minuten Zeit, um einen 4 gegen 4 aufzusetzen. Wer guckt denn zu, Leute? Du hast mitgespielt vorhin. Du darfst nochmal mitspielen, weil du zuguckst. So, los geht's. Kahuga. Los. So, wenn du jetzt kommst, wähle direkt Blau. Kahuga, los, Blau, Blau. Eigentlich schade, dass du als Chef der Gruppe nicht einfach alle... Man müsste das forcieren können. Los geht's. Okay, los geht's. Starten. Super, danke. Sehr gut. Okay. Vom Level her gehen die doch auch alle. Ja, das Spiel kam heute raus. Ich glaube, die Level sah eigentlich nicht so super viel aus. Ja, stimmt, hast du recht. Außer hier, Fear of Dark G und Kane Patrick haben schon sehr viel gespielt. Mehr als wir auf jeden Fall. Okay. Das denkst du ja auch. Call of Duty, super, schreibt da einer. Counter-Strike gegen Call of Duty ist ja wirklich eine schwierige Paarung. Das hat ja als eine nichts mit dem anderen zu tun. Simon ist richtig gut drauf, schreibt da einer. Ja, man muss auch mal meckern. Man muss auch mal meckern können. Nee, wieso? Nicht immer alles so. Hallo? Wenn ihr halt nicht... Ihr könnt euch ein Reaktionsspiel in unserem Community-Beef spielen und nicht schnell genug eure Farbe ändern. Simon, ich glaube, das war vollkommen nett. Das war sicher ironisch gemeint. Du verstehst meine Ironie nicht. Der war dahinter ein Kapper so wohl. In der Twitch-Chat ist niemand ironisch. Wenn da kein Kapper dahinter steht, dann ist es keine Ironie. Nee, es war kein Kapper. Aber die Leute verstehen langsam kein Kapper mehr. Das ist das Ding. Es ist die Zeit des Kappers schon vorbei. Echt jetzt. Ich bin ein Gegner von Kapper. Also das wird einfach... Ich mag Kapper nicht. Nee. Ich habe in so einem tollen Erziehungsbuch für Kleinkinder gelesen, dass Kinder Ironie und Sarkasme sich verstehen. Ich drücke denen das einfach so lange rein, bis sie es verstanden haben. Ja, das Gute ist, es ist eigentlich nur lustig für dich dann. Ja! Der du die Kinder verarscht, aber sie checken es nicht. Okay. Jungs, Mädels. Okay. Team Game. So, also. Okay, Leute. Okay. Ihr rennt schon in die eine Richtung. Nicht alle losrennen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Nicht alle losrennen. Was ist denn eigentlich die Aufgabe? Hääääh. Tut's mir leid. Erste Frage, warum sind wir fünf Leute im Gelben? Oh, einer hat gewechselt. Einer hat gewechselt. Einer hat gewechselt. Egal, dann ist es halt fünf gegen drei. Ja. Also wirklich der fünfte, ganz im Ernst, du versaust jetzt gerade hier den ganzen Leuten in den Spaß. Das musst du dir schon bewusst sein. Und dann musst du dir überlegen, gehst du danach mal in den Keller unter die Spinnen weben und überlegst dir, ob das wirklich heute eine gute Aktion war. Vielleicht hat er keinen Keller, Simon. Wenn einer von euch hier... Jawohl, ich habe hier einen... Simon, ich bin einfach hinter dir. Ich bin uns. Achtung, vor mir ist blauer. Oben, oben, ja, oben. Ist rechts runtergelaufen. Super, perfekt. Achtung, hinter, ich werde beschossen. Irgendwo ist noch einer. Ich bin bei Bell. Was? Hochgegangen. Ich bin hinter dir. Ah, ich bin auch bei euch. Wollen wir hier durch den Gang? Ja. Hier ist nix. Mäntl, wo wurde es abgeschossen? In der Base von den Gegnern, da sind vier Stück drin. Wollen wir da hin? Wollen wir da hin? Ja, los. Okay, dann laufe ich vor. Könnt ihr mich sehen? Ja, ich laufe hinterher. Wieso läufst du alleine, Mäntl? Ich will es nur sehr... Wir sind ein Team. Ich glaube, die kommen hier gleich hoch. Ah, da sind sie! Wieso ist Simon unsichtbar? Weil ich das in der Mitte der Map eingesammelt habe. Ah, toll. Yeah, ich habe zwei erwischt. Jawohl. Ich habe eine Rakete geworfen. Hinter mir, hinter mir, hinter uns, hinter uns. Oh, shit. War das deine eigene Rakete? Nein. Bist du noch einer? Nein, wirklich nicht. Okay, ich sah so lustig aus von meiner Perspektive. Wir sind alle tot. Was ist los? Ich komme zu euch. Simon, ich bin bei dir. Rechts oben, rechts oben, rechts oben. Okay, einen haben wir. Einen habe ich. Oh, hier unten. Einer kommt zu euch gelaufen. Ja. Ja, Simon erwischt. Äh, ich wollte gerade sagen, da ist noch einer, aber ihr habt, Alter, wie toll das aussieht. Hat man mal im Bildschirm gesehen? Oh, super, ihr habt es gesehen. Das war der Wahnsinn gerade. Einer nach dem anderen durch die Halle, um Ende Bell, Messer im Rücken. Das ist wirklich super lustig. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, shit. Ey, ich komme gar nicht zu euch, weil ich abgefangen werde hier. Ähm, Hilfe, ich bringe Gegner mit. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin bei dir, Simon. Ah! Ah! Bell ist auch da. Kontakt. Granate geworfen. Diese Spacken. Headshot. Habt ihr den? Nee, ich habe keinen Headshot. Ah, da ist noch einer. Boah, das ist so anstrengend. Komm, komm, komm. Wo, wo, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ich werde beschossen. Oh, oh. Ich werde beschossen. Beschossen werde ich. Hinter, Achtung, über euch, wo? Da unten ist er bei Bell. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Da kommt noch einer hin. Da hat Bellen gekriegt. Der hat Kräfte. Alter, was ist denn hier los? Oh, oh, oh. Kontakt von hinten. Hinter uns auch noch. Also von überall. Ach. Ja. Shit, die machen uns auch schon wieder alles. Nix, wir kämpfen. Nee, 14, 13. Hilfe, wir werden beschossen. 14, 14. Das schaffen wir, Leute. Come on. Oh, hier sind fünf Stück. Bei meinem X. Ich bin noch nicht tot. Kannst du Granate reingehauen? Ich klebe auch. Ich kann gar nicht fünf Stück sein. Oh, die sind zu dritt. Alle auf einem Haus. Alle bei dem Weingang. Aaaaaaah. Haben wir sie? Drei Stück. Ey, wer hat mich denn hier mit der Granate gerade abgebaut? Ich war das auszusehen. Es tut mir leid. Du bist wie Nils, gell? Wie der Nils bist du. Einfach Granate. Vorsicht, Granate, Simon. Granate. Simon, Granate. Alter, war der cool. Der hat mich so schnell gekillt gerade. Aber ich bin auch tot. Wir holen jetzt mal die Belli an. Boah, der war auch nicht schlecht. Es gibt Power-Weapons, die benutzen wir jetzt mal. Oh, okay. Ich laufe Bell hinterher. Tu das. Ich laufe zu den Xen. Oh, da kommen gerade alle. Da kommen alle. Da kommen alle. Okay, 18, 18. Bleib hier, ja? An der Ecke. Oh, shit. Kein Schild mehr. Alles weg. Vorsicht. Bist du tot? Nee. Wenn einer bei mir ist? Wuh. Nee. Vorsicht, vorsicht. 20, 20. Also knapper könnte es sein. Du bist ja weg. Ich dachte, du bist da bei mir noch. Und hält mir den Rücken frei, habe ich gedacht. Wo seid ihr? Ich laufe zum Staublen. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, um euch zu kriegen. Ich bin bei dir, Budi. Oh, shit. Granate. Der ist noch nicht tot. Der ist noch nicht tot. Aber der hat kein Schild mehr. Aber er hat eine Granate. Ja, ja, ja. Aua, aua. Bin weg. Granate. Simon, mach sich alle von hinten Platz. Ja, okay. Abgestaubt. Oh, Gott. Sehr gut. Zwei vorne sind die. Das schaffen wir. Ich komme mit zur Verstärkung. Ich komme auch zu euch. Fuck, 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 fuck. Möglicherweise nicht zur Verstärkung. Aber ich komme trotzdem zu euch. Okay, wir sind auch hier zusammen. Ich sage es noch. Was hat er gemacht? Von der Seite, von der Seite, von der Seite, von der Seite. Fabi, Fabi. Mich messert einer vor sich. Bell, Budi. Ja. Zu spät. Corona. Okay. Okay, Leute, ganz kurz. Lasst uns bitte wirklich versuchen, zusammen zu bleiben. Ja. Okay, okay. Die haben uns halt gerade geflankt. Deshalb war... Ich sehe niemanden von euch. Okay, Budi. Ja. Bell. Okay, hier. Hier, bleibt mal stehen. Hier, da sind wir. Ja, alles klar. Sind zusammen. Achtung, die kommen schon. Vom Wurf, von da oben. Da, wo ich hinschriege, da sind sie. Die kommen, die gehen rechts lang. Wo kommen die raus? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Sehr gut. Da bei Bell. Hinter dir, Bell. Ich würde abgeschossen. Die haben dieses Gauss-Geschütz. Also die Gauss-Geschütz. Vorsicht, ich werfe eine Granate da hoch. Nee, hier, bei dir. Ja, ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Hab ich. Nee, doch nicht. Warst du. Oben auf der Mitte. Ah, Sniper von oben. Oh, der hat Vorsicht, der hat was Fieses. Was hat der? Was ist das von der Waffe? Raygun oder Gauss oder sowas? Ja, Raygun ist das, glaube ich. Oh, Mann. Shit, shit, shit. Okay, den hast du. Sehr gut. Noch einer, noch einer. Oh, Scheiße. Ich bin hinter dir, ja? Okay, okay. Hier seid ihr ganz schwach. Achtung, Granate. Hier, da. Na komm jetzt, wo ist er denn? Da haben wir ihn. Jawohl. Die alte Linksrecht-Taktik. Noch einer, noch einen hinter dir. Hinter dir, ich hab ihn. Sehr gut, Leute. Noch einer, noch einer, noch einer. Schieß, schieß. Hab ihn, ich hab ihn weggeboxen. Oh, sehr gut, sehr gut gemacht. Was ist denn da oben mit dem Motiv in der Valle, die Raygun ist? Okay, zusammenbleiben funktioniert gut. Soll ich den Raygun holen? RBTV, wer ist RBTV? Simon, ist das? Ich hab keine Ahnung, wie ich dich bin. Äh, Simon. Ah, da, schon wieder Gegner. Ja, bin weg. Scheiße. Oh, Mann, die sind bei mir hin. Vorsicht, ich gehe gleich zu meinem X. Nein, ich bin noch nicht tot. Hilf mir! Da ist noch einer bei mir. Wo bist du, wo bist du? Ich bin dir nichts gebacken, ey. Da muss X. Ähm, kleiner Tipp haben sie auch gerade. Die Räume haben eine Nummerierung, also haben einen Buchstaben am Anfang. Noch keine Zeit dauern, die die hergekommen. Simon, warte, ich bin hinter dir. Okay, Achtung, hier ist einer direkt bei dir. Ach, da war eine Waffe, ich Idiot. Kontakt. Okay, hol dir von der anderen Seite, Mitte. Ich komm, ich komm, ich komm. Das sind zwei. Noch einer, noch einer, noch einer. Ich hab beide. Das war aber gut. Das hat gut funktioniert, ja. Das waren meine Küche. Okay, bellert sie alle. 34, 37, los jetzt, auf, 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 zusammenbleiben, zusammenbleiben und schön, das läuft gut. Äh, wo seid ihr? Ihr wechselt immer auf einmal die Richtung. Hilf mir, hinter mir. Ja, der schießt auch. Ich hab ihn. Scheiße, ich hab ihn. Von der anderen Seite. Wo, wo? Gegenüber, bei mir. Tot. Sauber. Hier ist noch einer, Hilfe, ja genau den. Äh, ich bin aber auch tot, da ist noch einer von der Seite. Wo ist er? Zwei hab ich gekriegt. Zwei sind bei mir, bei meiner Leiche. Okay, einer hab ich abgeschossen. Achtung, einer ist, ja genau, noch bei Bell übrig. Okay, zweiten hab ich auch. Okay, super. Sieht gut aus. Achtung, ich werf auch. Ihr noch in dritter. In der Mitte. Oh, tschuldigung. Dritten hab ich auch, nice. Das ist ja voll die gute Gun hier, die Raygun. Okay. Okay, einführen, wir führen, wir führen. Wir sind die, wir sind die, wir sind die, wir sind die, wir sind in der Mitte wieder. Bleibt zusammen. Kontakt, 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 Kontakt. Granate, Granate. Shit. Der ist noch nicht tot, der ist noch nicht tot. Ich hab, Achtung, nicht reinrennen, einfach so. Ich bin weggegangen. Ist der weg? Er ist weg. Achso, wir raten nicht in die Granate rein. Achso, was ist denn hier los? Ja genau, diese Granaten, wenn die so glühen. Ach, wenn die sterben und diese glühenden. Ja genau, diese Granate, da darf man nicht reinrennen. Bell, ich bin hinter dir. Kontakt, sie kommen alle auf einmal. Ja, Achtung, Vorsicht. Einer ist hier drin, einer ist hier drin. Einer ist hier drin. Den da drin hab ich. Ich bin weg. Oh, Bell, der hat sich, glaub ich, erschossen. Achtung, Achtung, es sind noch welche da. Ich hab keine Ahnung. Oh nein, die kommen alle gerade rein in unsere Base. Wir sind tot. Gleich dann, 43, 43, vier Minuten noch. Sammeln. Oh Mann, 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 okay. Sammeln, Vorsicht. Bell und ich sind zusammen schon. Okay, wir auch, wir sind alle hier. Wenn das Schild angekratzt ist, lieber in Deckung gehen. Achtung, da kommt einer schon. Alle auf den. Da, hier, bei den Blauen. Ja, bei den Blauen halt. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Okay, Granaten rüber. Wir haben scheiß Waffen. Ja, nehmt die Pistole raus auf lange Distanz. Ah, Schild ist weg. Boah, vor allem haben wir Granaten hier oben rein. Okay, geht mal von den Fenstern weg. Ja, von den Fenstern ein bisschen abkommen. Wo war der Railgun? Wo geschießen die? Die haben die Railgun oben. Ah, okay. Ah, ich seh ihn. Ah, ah, der ist rechts. Einer kommt von hinten von der Seite hier, glaub ich. Ah, oben auf der Brüstung. Ich hab ihn gesehen. Hast du ihn? Nee, hab ich noch nicht abgekriegt. Oh, ich bin gestorben. Anders an der Seite No-Shield. Da, wo mein X ist. Der kommt jetzt von der Seite rein. Ach du, der kommt von rechts. Ja, von rechts. Oh, scheiße, ach du, der kommt rein. Der kommt rein. Dauert nicht lang. Oh, ich bin gar nicht bei euch gespwned. Schieß ihn, Aura! Wo seid ihr denn alle? Ah, linke Seite, Simon, linke Seite, linke Seite. Haben wir nicht gesagt, wir bleiben hier? Wir waren da. Ich bin hier. Ich bin noch genau da tot. Hinter dir, Simon. Hier ist einer unsichtbar. Ich bin bei dir. Alle wieder da? Bell, ich bin auch hinter dir. Ja, aber hier kommt einer. 45, 47. Noch geht's. Achtung, Granate, nicht rennen. Oh, ich hab überlebt. Ich muss ein Decken gehen. Soll ich mal vorgehen? Achtung, ich lunz. Vorsicht, Mäntel, da ist einer. Rechts vorne vor dir. Granate. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Von hinten. Ein Stock weg drunter. Nein, der da. Das war so knapp. Naja, so knapp war es gar nicht. Na, 46. Das war schon knapp. Nein, ich bin gerade gestorben, ey. Fuck. Ja, das war wirklich schön. Das war nicht schlecht. Ja, das hat er Bock gemacht. Das war auch ärgerlich, aber war ein schönes Match. Vielleicht nochmal hinterher? Ja. Wollen wir erstmal gucken, ganz kurz. Achso, wir später mal die Teams finden. Ja, genau, später die Teams. Oh, das ist aber jetzt, da haben wir genau die Konstellation. Ja, wie wir sitzen, ne? Ich mit Bell und ihr beide. Aber das ist schon komisch, das Bell, irgendwie. Aber er hat Pech gehabt. Es ist nicht wirklich schlecht präsentativ für den Skill, weil man ja schnell stirbt. Wir können es auch nochmal, nochmal von uns machen. Wenn es jetzt beim nächsten Mal sich so nochmal zeigt, gerne. Ja, ich fand es lustig. Lass uns das gerne nochmal spielen. Wir haben Zeit, wie gesagt, das ist wunderbar. Wir haben noch über anderthalb Stunden Zeit. Nimm mal die andere Map, die offene, die Colosseum. Genau, die ist nämlich ein bisschen offener. Da kann man die Gegner leichter sehen. Genau, als ganz kleiner Hinweis. Oh, wer hat, ach nee. Was denn? Ist einer rausgegangen. Oh. Jetzt habe ich schon. Lad nochmal jemanden ein. Auf der Map gibt es zwei Powerweapons. Und zwar, wenn wir spawnen, wenn wir auf der richtigen Seite spawnen, einmal links der Raketenwerfer und einmal rechts die Sniper. Ja. Wenn wir einen von den beiden holen, haben wir schon ganz gute Chance. Ich würde Rockets holen, um ehrlich zu sein. Weil damit können wir dann versuchen, den Tower zu halten. Und damit haben wir ganz gute Chance, dann im Team alles kaputt zu schießen. Wer wird denn? Ich habe noch jemanden eingeladen. Vielleicht joint er dann nach. Okay. Also gerade eben hat es schon gut funktioniert, wenn wir zusammen rumgerannt sind, fand ich. Wenn wir jetzt versuchen, noch die Powerweapons zu holen. Ach ja, man braucht so ein bisschen erst mal die Map-Control. Du musst erst mal raffen, was überhaupt Sache ist hier. Oh, jetzt ist blau halt einer weniger. Äh, okay. Wir spawnen direkt bei Rockets. Okay, Rockets habe ich. Ja, okay, sehr gut. Weiß nicht, ob ich der Beste dafür bin, aber... Hier, von der Seite. Wir werden angerufen von der Seite. Links, rechts. Links, linke Seite, linke Seite. Granate, Granate gefressen. Okay, Entdeckung. Aber noch ein Haufen ist auch echt gut. Ich bin gestorben. Ja, der war auch direkt vor mir gerade. Okay. Da liegt an der Ecke noch der Raketenwerfer, wenn ihr den nehmen wollt. So vor siehe, ich versuche, ich bin tot. Bell, versuch nicht, versuch mal Entdeckung zu bleiben. Ich komme. Hast du den Raketenwerfer? Ne. Einen habe ich. Sehr gut. Der zweite ist schwach. Ich habe keinen. Hier sind sau viele Granaten. Lass mal ein bisschen spammen. Ja. Ich habe keine. Ja, die liegen hier rum, meine ich. Okay, ich habe die Rockets jetzt genommen. Ich leide mal nach. Und dann werden wir da rein. Schlappt, Landschild wieder. Der ist da hoch. Oh, ist der da hochgerannt? Ja. Okay, dann. Gegenüber ist einer mit der Sniper. Vorsichtig. Der ist weg. Ah, der ist wieder da. Geht in Deckung. Von der Seite. Von der rechten Seite. Wer will, kann sich das gerne nehmen. Oh, ich würde erschlagen. Verdammt. Aber 4,5. Ist noch alles drin. Alter, wieso lebt der denn doch? Oh, voll schlecht. Sammeln, 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 sammeln. Hier bei dem Sniper-Gun wieder. Sag ich mal. Ach, das war ja keine Sniper. Das war eine DM. Oh, von wo schießt denn hier einer? Oh, Mann, ey. Okay. Boah, was? Ja, ich weiß. Oh, rechts in der Mitte. Da war jemand unsichtbar oder so. Okay, wo seid denn hier alle? Bell, unter dir ist einer. Ich war tot. Ah, nee, das ist Booty. Booty ist das. Booty bei dir ist einer. Ja. Ich laufe gerade mit ihm im Kreis. Jawohl. Hab ihn. Sauber. Oh, Raketen spawnen. Also Rocket Launcher oder was? Ja, der Rocket Launcher spawned. Achtung, ich bin hier oben. Ich sitze hier oben. Aber ich bin ja ganz alleine. Ich habe ihn. Okay, ich habe ihn. So, jetzt hau ich ab. Aber hier ist er ein Gegenüber von uns. Booty, ich bin bei dir. Ist dein Gegner. Nee, ist weg, ist weg, ist weg. Okay, lass mal zusammenbleiben. Ja, okay. Oh, hier sind zwei Stück vor mir. Ich bin hier, ich bin hier. Mental, wo bist du? Simon, ich bin gerade gestorben, leider. Wenn Leute kommen, dürft ihr nicht drauf loslaufen, weil ich wahrscheinlich Raketenwerfer schieße und dann rennt ihr direkt rein. Hier kommt einer. Ach, nee, doch nicht. Bist du. Okay, was nun? Links, da, wo ich die Granate hingeworfen habe, war einer. Simon, links von dir. Links von dir, links von dir. Komm, 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 komm. Sehr gut. Rechts, rechts kommt einer runter, die Balustrade. Mendel, was habe ich noch gesagt? Sauber, Simon. Übrigens noch kein Kill fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte ich mal damit anfangen langsam. Okay, Achtung, hier der eine. Links, links, links in der Mitte. Oh, shit. Hab ihn. Der Countdown ist wieder durch von dem anderen. Lass uns schnell dahin gehen. Achtung, da kommt einer. Oh, ja, ja, da kommt einer schon gegen. Der ist bei dir, oder? Der eine ist tot. Und er ist noch zwei weg. Sehr gut, Simon. Ja, los, holen. Ah, Sniper-Rifles. Achtung. Mag ich nicht. Nicht hingehen. Nicht hingehen, Granaten. Hab ihn. Ne Granaten, ne Granaten. Jawohl, den haben wir da vorne. Ich habe die Sniper schon genommen. Okay, sehr gut. Hier ist noch einer, noch einer, noch einer. Jetzt müssen wir wieder Raketenwerfer holen. Okay, dann haben wir. Aber wir spielen ja echt fünf gegen drei gerade. Ja, das ist ein bisschen unfair, wirklich. Oh, wo? Fünf gegen drei ist nicht fair. Ja. Ich bin in der Mitte. Oh. Eins. Echt. Kontakt. Wo wird geballert? Ich sehe es nicht. Warte ich nicht. Da hinten ist einer. Okay. Wir sind schon wieder weg. Okay, Achtung. 20 Sekunden bis zum Raketenwerfer. Und da kommt auch schon einer. Ja, genau. Bewegen wir uns mal dahin. Ist schon direkt einer. Rollt er hin. Sehr gut. Ah, fuck. Verzogen. Genau. Simon, hol du den mal nach Raketen. Ach, du bist da. Ja, ich war mit dem Sniper oben. War sehr schlecht. Achtung, die kommen schon. Die laufen da rum. Kann ich schwer sagen. Ich kenne die Map nicht. Ja, ja. Wo ist vorne? Okay. Ich gehe hier mal. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin ich soll. Scheiße, ich muss eigentlich hoch. Versuchen wir mal zu lang. Rechts von uns. Oh shit, sorry, Mann. Das war ich. Ich dachte, ich hätte schwimmen können. Da war irgendwie einer von denen. Ja, war ja einer. War ja einer. Oh, einen habe ich. Aber der hat mich auch erwischt. Ja, ich habe es gesehen. Ich konnte leider nicht hin. Durchs Jumppad bin ich hier geschwungen. Das ist halt der Nachzahel von der Kiebelerfer. Ja, ja, ja. Wer ist gerade durchs Jumppad gegangen? Da war einer. Ich? Ja, ja. Oh, wo ist hinter dir jetzt einer? Shit. Da habe ich den erwischt. Oh Gott, was war das? Das war nicht schlecht. Okay, einen habe ich hier auch. Okay, Bell, ich bin bei dir. Ja. Alter, das Jumppad hat er hoch. Oh, oh, oh. Hier, hinter uns. Beim Jumppad ist wieder einer durchgekommen. Warum ist jetzt schwach? Okay. Da sind zwei Stück beim Jumppad. Oben drauf jetzt. Drei Stück. Drei Stück beim Sniper, bei der Sniper, wo die Sniper spawnt. Okay, wir sind genau auf der anderen Seite. Ja, ich bin beim Sniper. Einfach so ein paar drei Stück. Sehr gut. Shit, shit, shit. Weg, 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 weg. Erwischt, erwischt. Einen mit der Granate weg. Zwei sind auf der Hut. Ja, die sind weg. Uli, ich bin hinter dir. Ja. Okay, wo wollen wir lang? Haben wir einen Plan? Ah, nee. Wir sollten vielleicht wieder zum Raketenwerfer, wenn das war. Ja. Auf zum Raketenwerfer. Okay, also bewegen wir uns alle. Laufen wir einfach weiter hier durch. Wo seid ihr? Ich folge Budi Richtung Raketenwerfer. Ich bin beim Rocket Launcher. Boah, Budi, du bist schon mal voll weit vorne. Wir sind noch gar nicht dabei. Okay, super. Nee, ist nicht gut. Ich verliere auch ein bisschen die Orientierung gerade. Ja, ich auch. Simon, wir sind, glaube ich, hier zusammen. Wir rennen, glaube ich, gerade zusammen. Uli, warte mal eine Sekunde. Es ist lange gerade, genau. Und Budi ist gerade da. Kontakt auf der rechten Seite. Wenn man vom Rocket Launcher guckt, auf der rechten Seite. Kommen zwei Leute. Oh, hier unten sind richtig viele. Ah! Zwei habe ich, gut. Ich habe auch einen. Ah, nein. Da ist noch einer. Einer rennt Richtung Sniper. Rocket Launcher in 15. Ja, in 15 Sekunden. Wir sollten uns auch mal hinbewegen langsam. Ich bin schon da. Okay, sehr gut. Ich komme mit, dann versuchen wir uns zu zweit zu halten. Ich deck die rechte Rampe ab. Okay, ich mache die linke Rampe. Oh, rechts ist gerade jemand gestorben. Kann man in diesem Modus auch 6 gegen 6 spielen eigentlich? Sicher. Simon, nimmst du den, oder Mettel, nimm den Rewersuka, komm. Die kommen Mitte unten. Ja, okay. Zweite Tage. Wo, Mitte unten, wo, wo? Hinter dir, Mettel. Erste und Zweite Tage, beide. Simon. Wow, was war, woher? Simon, ich habe auch, der war hinter dir. Du hast die Granate gewonnen? Deswegen, keine Granate, der. Ja, ich habe den Gegner gesehen und dann bist du ins Bild gekommen. Du siehst mich auf dem Radar, gell? Ja, habe ich nicht antizipieren können. Ja, habe ich nicht antizipieren können. Ich sage ja nichts, es passiert ja. Es ist ja nicht schön. Sehr gut. Sollte halt nicht ständig passieren. Es ist das erste Mal passiert. Wo seid ihr? Seid alle hinter mir, das ist gut. Ich laufe rechts, hier in der Mettel, ja. Ich habe Rockets dabei, also falls hier einer ist. Achtung, Mitte, ich spring schon mal hin. Ich habe ihn für The Dark, ist weg, Junge. Mitte, Mitte, Mitte. Shit. Ich sehe gerade einen. Ich glaube, das Job wird hier nicht. Wenn jemanden siegt, sagt Bescheid. Ich sehe auch gerade fein. Ah, hier ist einer. Ah, direkt mal eine Rakete. Und Double Kill, jawohl. Sehr gut. Sehr schön gemacht. Oh, von, oh, Mann. Ich sehe nur schön, Achtung, Bell, hinter dir. Wo, 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 wo? Hilf mir. Bist du weg? Ich glaube, er ist auch weg, ja. Ja, ich habe ihn fliegen sehen irgendwo. Die sind bei sich in der Base gespawnt, also in dieser blauen Base. Da sind zwei Stück. Es könnte sein, dass der zu Rockets läuft. Einer kommt zu Rockets hoch. Oh, jawohl, ich habe mir eine Granate erwischt. Hier liegt die Sniper, falls jemand haben will. Oh, ich finde sie gut drin. Oh, ich bin gestorben, verdammt. Bei den Rockets oder was? Ja, genau. Also, da, wo ich gestorben bin, da liegt ein auf dem Rockets. Ja, ich habe keinen Schild mehr, ich habe keinen Schild mehr. Ich habe keinen Schild mehr, ich habe keinen Schild mehr. Ich habe keinen Schild mehr, ich habe keinen Schild mehr. Okay, wir sollten jetzt mal um den Rocket Tower kämpfen, weil der Rocket Tower ist gleich wieder, äh, da spawnen gleich wieder Rockets. Ah, der Zocker Holly ist weg. Sehr gut. Oh, unter uns ist jemand. Wir haben ihn. Unter uns in der Mitte, ganz unterm Lift ist einer. Da sind zwei. Spamp mal ein bisschen Granaten. Von links unten kommt auch eine. Okay, okay, okay. Werfen wir alle Granaten hier an. Okay, Achtung. Die sind da unten noch. Die sind da unten noch. Bamm, Schuss. Und ein Treffer. Nee, oder? Einer ist getroffen. Ja, da sieht man sich, wenn man killt zieht. Okay, ähm, die kommen Richtung links irgendwo. Der eine guckt da rum. Oh, bei denen in der Base, in der blauen Base sind zwei Stück gespawnt. Wow, 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 wow. Oh, ich habe mich gerettet. Ich habe mich gerettet. Nein, ich bin tot. Oder nicht? Ich habe einen Double Kill. Jawohl. Einer kommt mit den Tower hoch. Ist schwach? Ist er weg? Ja, ist tot, ist tot, ist tot. Die versuchen, den Tower hochzukommen, zu zweit. Ja. Vorsicht. Oh, Alter. Geht über Deckung. Ich komme nämlich auch gerade. Nee, wir sind ja zu dritt. Bamm, sind die weg, sind die weggebrutzelt. Ja, gut, wir haben ja aber auch nur gegen drei gespielt. Ach so, das vergisst man immer. Trotzdem drei. Nee, da freut man sich nicht. Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich immer. Haben wir sogar nur gegen zwei gespielt? Oder was heißt das? Ich habe mindestens drei. Ich habe gerade eben drei gesehen. Und Simon hat eine Rakete in drei Leute reingeschossen. Oh, wir sind schlecht gewesen. Wir haben fünf gegen vier gespielt. Wieso kommt das denn jetzt? Na, Hauptsache nicht ganz so unfair. Hey, das ist okay. Fünf gegen vier ist okay. Ja, wir hatten schon einen Vorteil. Aber was soll man sagen? Riga Toni. Das ist mein Bruder übrigens. Schön großartig. Ach so, guten Tag. Ey, dein Bruder hat es aber auch nicht gepeilt, ne? Nee. Können wir ein einziges Mal in neun Jahren Medien, in denen ich Spiele zocke, einmal registrieren, dass ich nicht so schlecht war, wie immer behauptet wird, selbst in Halo? Du bist der Erste. Du bist besser als ich. Nein, das muss nicht sein. Ich will es nur einmal erwähnen, dass es in der normalen Geschichte einmal zumindest klar ist. So scheiße bin ich nicht. Danke. Das ist echt gut. Und jetzt kann ich wieder scheiße spielen. Ich gucke gerade. Das ist aber auch ein cooles Match, historisch. Hackmatch schreibt dazu, Peter Bohnenlord, guten Abend. Das ist auch dir ein. Guten Abend, Bohnenlord. Wollen wir direkt das nächste starten? Ja. Ach nee, wir haben wieder Werbung jetzt, gell? Ach so. Gut, dann machen wir doch kurz noch Werbung, aber dann geht es auch gleich weiter und dann werden wir dann Teams machen, wie 2 gegen 2 oder wollen wir nochmal gegen die Community? Lasst uns ruhig nochmal gegen die Community spielen, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja, noch einmal 4 gegen 4 gegen die Community, weil es gut Spaß gemacht hat. Vielleicht einen neuen Modus, vielleicht den Counter-Strike-Modus, mal gucken. Oh, das können wir mal ausprobieren, Breakout. Aber das ist echt übel. Aber wir haben die Macht. Wir können es tun. Vielleicht wird es alles verändern. Bleibt dran, gleich Halo 5 mit uns vieren. Tschüss.